Wasser enthärte? Brauch ich nicht. Das kann aber teuer werden. Trotzdem, Pulver. Erst das blöde Dosieren und dann klumpts auch noch. Quatsch, Pulver. Das ist jetzt vorbei. Denn Calgon hat aus gutem Pulver jetzt etwas ganz Einzigartiges gemacht. Die neuen Calgon Taps. Vor jeder Wäsche einfach direkt in die Trommel. Keine Rechnung. Und? Kein Ärger mehr. Jetzt neu. Calgon Taps. Das Nonplusultra gegen Magnesiumkalk. Nur von Calgon. Na, wenn das so ist?